Gnasmüldner für Rietzmaier. Gnasmüldners Abschluss nein und der anschließende von Cara auch nicht. Cara, was für eine Ballmitnahme! Das wäre ein Tor gewesen. Und da ist Perretz! Kershbaum. Oh, der ist gut! Und der war noch... Adamo, den Ball hat Adeyemi noch und Penz. Linaatz und Penz! Und Wiesinger mit dem Abschluss und Leitgap mit der Riesenmö... Nochmal Rietzmaier, Ullmann hinterläuft, öffnet er doch den Raum, das war eine gute Flanke! Und jetzt ist der Jankara da! Gnasmüldner! Schöner Angriff! Hocker vor! Vorbei an Madl! Was für ein Reflex! Chance für Michael von der Gegenseite. Der Ball kommt besser! Und er kommt richtig gut auf Wiesinger ein. Und jetzt gibt es die Möglichkeit... Für Renner und er scheitert! Er scheitert an Patrick Penz! Zu lange überlegt, kann Palmer Brown klären. Schickt die nächste. Und der ist gut! Und der ist wieder... Ein wenig schwach dieser Ball. Penz draußen und der... Vorne unterwegs. Was macht Salzburg draus? Sogo Slay, der kommt nicht gut. Wieder auf die andere Seite rüber, sucht er dann natürlich nur Hiu, aber Penz! Mit 0 zu 1 in Rückstand. Darf denn das wahr sein? Gut gemacht von Patrick Penz. Besucht aber nicht gefunden. Thurnwald zum zweiten. Adenu Hiu und Penz sind... Und die Optionen. Adeyemi, Penz! Fischer traut sich nicht mehr hin. Und dann ist die Chance für Bernet! Die Eng, das war eine Torchance für den WRC! Hier gleich vom Beginn weg das Kommando. Das war so zu erwarten in den Parallelpartien. So viel kann ich Ihnen erzählen, denn die großen Highlights haben wir noch nicht gesehen. Ein 14... So fragst du hier nach Problemen. Ist es der Fluch und Anführungszeichen der frühen Führung, dass man unterbewusst vielleicht sogar ein bisschen runterfährt, die offensiv Belange? Ja, erst recht bei einer Mannschaft, die jetzt nicht natürlich... Wieder retour! Austria kombiniert aber nach hinten, das ist in die falsche Richtung. Das ist zu wenig. Für die Austria, den Sack noch früher deutlicher zuzumachen. Die Wiener-Australien-Geduld hier im Aufbauspiel. Sturm wieder mit vier, fünf Spielern, die versuchen... ... 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